Hallo und herz, komm zu Let's Play Planet Sides Moe. Ja, da ist ja schon wieder Machtrausch Alarm. Wie soll ich das denn nennen? Machtrausch die fünfte oder was? Nee, das machen wir nicht. Aber, natürlich, fliegen wir da mit hin. Ich bin auch in den Platoon gegangen, weil da ist schon Action angesagt. Und dann schauen wir mal, wie lange ich hier rumflattern kann. Oder ob ich sie direkt wieder auf die Hörner bekomme. Ich denke mal, hier wird ganz gut Action sein. Immer mal ne Runde Gas. Ja, wohin soll ich denn jetzt? Druckziehe, Platoonziehe? Hier nicht, da. Das ist ein bisschen daneben, ne? Alle haben Qualmen, aber da hinten ist Action. Ich seh nicht, ich seh nicht, ich seh nicht. Fluganheit identifiziert. Ja. Zu schwer. Feindlicher Sondera im Einsatzgebiet. Ja, gehen wir mal. Die ist dreckig. Da muss man euer Flott mal wenden. Den Typ will ich am liebsten mal erledigen. Wo ist er? Nachladen. Dreh, ne Runde. Wo ist die Sau, da ist er. Ja, da hab ich ihn. Na also, geht doch. Sonst noch jemand ohne Fahrschein. Nachladen. Wo ist mein Einsatzziel? Da hinten. Also hier vorne an der Brücke war der Sondera. Schauen wir mal. Feindlichen Lightning Panzer gesichtet! Feindlichen Lightning Panzer gesichtet! Was verdreckt die Sau denn? Nee, ich muss kurz weg, ich muss nachladen. Da kann ich nicht nachladen, jetzt möchte ich doch schnell mal gucken, wo ich nachladen kann. Stimmt hier. Wo ist die nächste im Nachladen? Bremsen, 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 bremsen. Oh, soll ich jetzt ein bisschen reparieren? Ja, dann will ich auch noch. So, eins kreiert. Ja, danke Chef, danke, das ist aber sehr nett von dir. So, ist jetzt voll, gut. Dann gehen wir wieder los. Was ist das denn? Warte, 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 warte. Jetzt! Jetzt! Ja, schmeckt's! Boah! Beste Wicht, wo wir durch sind! Uh! Boah! Fuck! Da war ich zu nah an der Wand. Hab bestimmt mit dir rechnet. Hm! Schade, schade! Weil das lief ja an für sich sehr schön. Na, geh mal jetzt da rein machen, Stumpf, oder? Kommen wir hier raus oder oben raus? Ne, ich geh oben an eine Spawnleuchte. Häpp! Ja, war ja schon ein sehr schöner Einsatz, finde ich sogar. Und, lebe ich noch? So, ich lebe noch, noch lebe ich noch lebe. Nicht mehr lange. Runter. Häpp! Da rennt er rein. Den haben wir wieder am Sack. Oh, Mann. War schon zu angeschlagen, leider. Sonst hätte ich da bestimmt noch... Nö, ne? Kann net sein! Wie? Er hat kein Leben und tötet mich. Hm. Ärgernis. Rote Einheiten. Ja, da bleibt mir nichts anderes über. Da hol ich mal einen Sundara, wa? Oh, ich sehe von uns. Panzerchen. Könnte ja sein, dass... Das darf nicht wahr sein. Krieg ich da nen Panzer? Glaub's nicht. Glaub's nicht. Oh. Seh nix. Hallo, Tag. Ich kann tatsächlich unglaublich... Ich krieg nen McRider. Haha, mir kommen die Tränen. Einen McRider. Wie komm ich denn da hin? Ist die gute Frage. Hör weg, du kleiner Wurm. Ne. Komm ich da net durch. Okay. Komm in. Schade. Ist er drin? Ich bin dir sehr dankbar. Jo. Kein Problem, Chef. Müssen wir mal gucken. Wo müssen wir denn hin? Kommen wir hier hoch? Jo, ne. Da hin. Ja, ich schieße doch nicht. Waffe doch niemand. Hier kracht er da aber lustig. Die Grafik ist ja geil, ne. So bei Nacht finde ich schon total cool. So. Niemand hat sich jetzt so ein bisschen lieben Stand an. Ja, danke. Lass mich einfach durch. So. Ach, der ist immer noch blau. Jo, dann bleibt es ja nix anderes um nicht mehr für Runde zu kämmen. Schön aufpassen. Schön aufpassen. Oh, hä? Kurze Deckung. Ich stehe in deiner Schuld. Ja. Weg mit dem Wurm. Achtung, in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Einschlag! Weinschlag! Die Feindliche Einheit gewinnt! Na bis die Fräse. Komm! Nur weinenrisierter! Komm raus, du Sau! Falsch platt! Schalke wieder! Voll weg, du Sau! Fahr mal sicherheitshalber noch mal reparieren. Oben fliegt die Ratte. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfflugzeug. Wo ist das Sackdingvieh? Da war er. So. So. Ein Minütchen ist das Ding rund. Das gefällt mir sehr gut. Da ist er wieder. Noch ein Flieger. Ich seh' nix. Auf dem Radarmap unten ist auch nix mehr zu sehen. Hier kommt nicht mehr viel. Wieso denn jetzt wieder drei Minuten? Wo ist der blöde A? Wo ist der da? Da kommen wir aber nicht rein. Außer wir gehen rein. Ah, immer mitten in die Frisse. Ehhh. Ehhhhhh. Ähhhhhh. Noch jemand am Fenster? Komm! Zeig dich! Gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Ein Kollege ist da drin, ne? Wie ist es denn da, wenn wir in das Loch da reinschießen können? Guckt euch an, wo das Fadenkreuz ist. Jetzt sind unsere da, jetzt ist es wieder uns. Spawnleuchte, sehr schön. Aussteigen, reparieren. Ist er platt? Da ist aber noch einer. Da war er. Wir sehen, weg ist die Sau. Schon wieder welche bei A. Oh, da oben. Weg damit. Guck mal los für eine Minute angeblich. Sichtkontakt zu feindlichem Ingenieur. Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet. Wo ist er denn? Da ist er. Ha, Volltreffer. Sehr gut. So. Wo? Ne, nicht. Los reparieren. Geht sehr eng aus. Brauchen wir aber Nachschub. Der Sieg ist am Greifen. Na. Keine Munition mehr. Hilfe. Übel. Gott nichts machen. Doch, ich hätte umsteigen können. Jo. Na ja, jetzt das Ding uns. Oh, das war ja mal ein schöner Kamm. Ja, nicht lahmarschig, sondern vernünftig. So, wohin fahren wir jetzt? Brauchen wir erstmal Munition. 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 So. Wohin geht es jetzt? Tja, oh verdammt. Ja, leider, verdammt. Ich muss aufhören. Tut mir leid. Habe die Ehre bis zum nächsten Mal.